Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu diesem kleinen Vulkan-Projekt, das ich hier so privat ein bisschen mache. Und es hat sich in der Zwischenzeit wieder einiges getan und weil der letzte Part bei euch eigentlich auch ganz gut angekommen ist, dachte ich, ich mach doch einfach mal wieder so ein Part und zeig euch, was sich so im Großen und Ganzen getan hat, wie das Ganze jetzt aussieht. Im letzten Part hatten wir zum Beispiel Shader Hot Reloading uns angeschaut. Und tatsächlich in diesem Part ist das auch wieder eine der Neuerungen, denn zwischenzeitlich ging das erstmal gar nicht mehr, mittlerweile geht es aber wieder. Und zwar gibt es hier wieder dieses Application on File Changed. Der Unterschied ist es aber, dass ihr hier seht, ich überprüfe, ob es jetzt ein Shader ist oder ob es vielleicht eine andere Datei ist. Und wenn es eine andere Datei ist, dann rufe ich dieses on Asset File Changed auf. Schauen wir uns gleich an, was das genau macht, aber man kann es jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen denken. Wir Hot Reloaden jetzt nicht nur Shader, sondern durchaus auch andere Dinge. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen eigentlich direkt mal zu diesem Hot Reload, beziehungsweise hier zu meinem Vulkan Model, so heißt die Datei hier. Und hier lade ich entsprechend meine Modelle. Auch hier habe ich wieder ein eigenes Modellformat, was ich hier lade. Und das Interessante ist, dass es hier als Background Thread funktioniert. Das heißt, ja, das läuft im Hintergrund. Und ich kann aus dem Main Thread, können wir uns mal anschauen, wenn wir hier auf die Application gehen. Hier habe ich einfach die Modelle, die lade ich hier mit Vulkan Create Model. Ich übergebe hier den Dateinamen und das fängt jetzt aber erstmal an, also im Endeffekt wird das dann zu einer Queue hinzugefügt. Das heißt, es wird nicht direkt geladen, sondern wir können mal drauf gehen. Hier sieht man, ich habe hier eine Filename Lookup Table, beziehungsweise hier ist ein Mutex, weil das eben alles Multithreaded sein soll. Bräuchte ich an der Stelle noch nicht, aber ich werde später vermutlich mehrere Threads haben, die irgendwelche Modelldateien nachfragen. Und genau, dann wird hier in dieser Filename Lookup Table geschaut, ob es für diesen Filename schon einen Eintrag gibt. Wenn ja, dann haben wir den vermutlich schon geladen. Und wenn nicht, dann erstellen wir den entsprechend und setzen hier den State auf Unloaded. Ah ne, Moment, hier, das ist nur das Neuladen. Das sieht man schon, das ist noch nicht ganz implementiert. Das Rausswappen von irgendwelchen Modellen, das werde ich noch irgendwann implementieren. Ja, hier unten ist aber das Eigentliche, das heißt, hier wird ein neuer Entry erstellt. Da geht dann auf den State Queued und der wird dann hier entsprechend hinzugefügt. Hier gibt es dann noch so ein S-Fence, so ein Memory-Fence ist das. Und genau, hier können wir dann auch den Mutex anlocken von unserer Lookup Table und entsprechend wird dann hier das Ganze zu einer Work Queue hinzugefügt. MP steht hier für Multiple Producer, das heißt, ich kann das hier tatsächlich aus mehreren Threads aufrufen, ohne dass es da Probleme gibt. Die Work Queue habe ich entsprechend auch entwickelt. Und dann kriegt man hier zurück ein Vulcan Model Handle. Das sieht man hier, das ist eigentlich nur ein UNT64, das heißt, das ist eigentlich nicht mehr als eine ID. Und mit dieser ID kann ich dann entsprechend das Ganze lookup. Wenn wir zum Beispiel mal hier Vulcan Model Record Rendering Commands anschauen, das wird entsprechend aufgerufen, sobald ein Modell gerendert werden soll oder gezeichnet werden soll. Und hier wird eben das Vulcan Model Handle übergeben. Kann man hier auch schön ohne Zeiger machen, weil es ja nur ein Index ist. Und hier wird dann entsprechend überprüft, ob dieses Modell geladen ist. Wenn nein, dann wird einfach returned, das heißt, wir zeigen dann bis dahin erstmal gar nichts an. Das heißt, wenn wir unsere Anwendung starten, dann ist erstmal theoretisch gar nichts geladen. Es kann sein, dass wir erstmal ein komplett leeres Bild haben und nach und nach streamen dann aber im Endeffekt diese Modelldateien ein. Das heißt, es ermöglicht uns im Endeffekt, überhaupt keinen Ladescreen zu haben. Das heißt, wir können eigentlich direkt ins Spiel starten, ohne dass wir irgendwie noch stundenlang davor irgendwelche Modelle laden müssen. Weil das passiert halt dann einfach im Hintergrund. Während wir spielen, kommen dann nach und nach alle Assets rein. Wenn man dann später ein fertiges Spiel hat, dann würde man das ein bisschen ändern. Dann würde man sagen, dass man zumindest einen gewissen Teil an Assets erstmal lädt, bevor der Spieler dann was sieht. Weil es sonst wahrscheinlich ein bisschen komisch aussieht. Aber gerade zur Entwicklung finde ich es unglaublich praktisch, wenn man es direkt dann starten kann. Allerdings sieht man von dem Effekt bisher noch nicht wirklich viel. Weil wir einfach bisher nicht sonderlich viele Modelle haben, wie ihr gleich sehen werdet. Genau. Das heißt, wenn der Entry dann vorhanden ist, dann können wir den auch entsprechend abfragen und das Ganze dann zeichnen. Hier gibt es eigentlich erstmal nicht sonderlich viel Spannendes. Wir beinden einfach den Vertex-Buffer und den Index-Buffer. Und da haben wir noch ein Descriptor-Set für die Materialien. Und das war es dann eigentlich auch. Hier hätte ich auch mal mit einer Push-Konstante gearbeitet. Die nutzen wir jetzt aber aktuell zumindest nicht. Wir können auch ganz kurz schauen, wie jetzt zum Beispiel so ein Lade-Thread aussieht. Der wäre dann hier zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier ein Work-Queue-Callback with Thread-Local-Data. Das kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Und zwar brauchen wir eigene Queues und so weiter zum Laden einfach. Das heißt, wir brauchen eigene Descriptor-Pools zum Beispiel für jeden Lade-Thread. Und wir benötigen... Was haben wir hier noch? Die Descriptor-Pools, genau. Aber da gibt es doch noch mehr. Ah ja, genau. Wir brauchen eben dann noch zum Teil eine Transfer-Queue. Also sofern unser Gerät eine Transfer-Queue hat, versuchen wir die hier zu bekommen und entsprechend dann mit der zu arbeiten. Genau. Also im Endeffekt werden hier Daten schon bereitgelegt, die wir dann im eigentlichen... Ja, dort, wo wir die eigentliche Arbeit verrichten, dann nutzen können. Das heißt, wir haben hier dieses Vulcan-Thread-Local-Data. Und das können wir hier dann entsprechend direkt abfragen. Das bekommen wir hier rein. Und dann können wir damit entsprechend arbeiten. Und hier passiert eigentlich nicht viel mehr, als dass hier Descriptor-Sets für die Materialien aufgebaut werden. Das ist alles auch etwas länger. Hier werden dann die einzelnen Meshes geladen. Und das war es dann eigentlich auch wieder. Und hier ganz am Ende, nach diesem schönen S-Fence, kommt dann nochmal... Oder wird dann dieser State umgesetzt. Das heißt, ab da können wir das Ganze dann tatsächlich auch zeichnen. Genau. Ansonsten, es gibt hier unten dieses On-Asset-File-Change. Das haben wir schon gesehen, wo das aufgerufen wird. Und hier schauen wir eben einfach in den Pfeilen im Lookup-Table, ob das da irgendwo drin ist. Und wenn ja, dann gehen wir einfach hin und schauen, ob das gerade geladen ist. Wenn ja, müssen wir das quasi entladen. Das heißt, dann setzen wir den State hier auf dieses Model-State-Reload-Pending. Da wird das auch nicht mehr gezeichnet, weil wir dürfen das quasi nicht ändern, solange das gezeichnet wird. Da werde ich später auch noch ein bisschen was Großeres bauen dafür. Aber aktuell wird es eben hier einfach so gemacht, dass hier das State umgesetzt wird. Und entsprechend wird es dann zumindest nicht mehr neu gezeichnet in den nächsten Frames. Genau. Hier unten, wenn es cute ist, heißt es wird ja gerade noch geladen, dann könnte es etwas unschön werden. Je nachdem. Hier gehe ich einfach hin und warte so lange, bis es nicht mehr cute ist. Und dann rufe ich das hier nochmal auf und versuche es dann nochmal zu laden. Genau. Ansonsten, wenn das dann passiert, dann wird Reload-Model aufgerufen. Das ist auch wieder was, was im Thread ist. Das ist, aber das müsste unten sein. Ja, ist ja immer so ein bisschen, das ist schon recht lang das Ganze. Hier, genau. Reload-Model. Wird auch nicht viel mehr gemacht. Wir fragen im Endeffekt diesen Model-Entry ab. Und warten dann darauf, dass das Device im Idle ist. Das machen wir einfach dafür, damit dann nichts mehr gezeichnet wird im Endeffekt. Und das ist eben das, was ich später gerne noch ein bisschen verändern würde. Dieses Device-Rate-Idle ist eigentlich nicht so unbedingt das, was man machen möchte. Und genau, hier werden dann entsprechend die Sachen entladen oder destroyed. Und sobald wir hiermit fertig sind, erstellen wir einfach wieder so einen neuen Work-Entry, indem wir dann das Modell laden. Genau, das ist eigentlich hier dieser Vulcan-Model. Und ihr wollt wahrscheinlich mal sehen, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe ja noch gar nicht gezeigt, wie die Anwendung gerade aussieht. Das heißt, wir füllen die mal ganz kurz aus. Wir haben da so ein paar kleine Warnungen unten, um die ich mich mal irgendwann kümmern werde. So, ja, ich bin gerade die Kameras ein bisschen weit weggesumt. Könnte man ändern. Man kann sie jetzt auch mittlerweile bewegen. Ist das nicht sonderlich spannend. Was man noch nicht kann, ist sich umdrehen. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Da gibt es noch ein paar Probleme. Aber bewegen kann man sich zumindest schon mal mit WASD und Leertaste und Shift. Kommt mal runter und hoch oder hoch und runter. So rum. Genau, hier sieht man jetzt, das ist jetzt ineinander. Das ist einmal so ein Low-Poly-Baum. Der hat jetzt eben, dieser Baum hier in der Mitte, der hat keine Textur, sondern der hat nur Materialeigenschaften. Das heißt, wir haben unten so einen braunen Stamm, der leider ziemlich dunkel ist. Ich weiß nicht, ob ihr den gut erkennen könnt. Da unten ist so ein brauner, dunkler Stamm. Und hier oben haben wir entsprechend, ja, die Blattkrone, was weiß ich. Ist halt Low-Poly mit, ähm, ja, Materialien. Denn das wollte ich einerseits laden, dann wollte ich aber auch Texturen laden. Und das seht ihr hier an diesem Farren. Ähm, genau. Auch den habe ich hier entsprechend geladen. Und auch das Modellformat unterstützt eben dann diese Texturen. Weil die Texturen sind schon nochmal extra gespeichert. Aber, ähm, ja, das passt so weit auf jeden Fall. So, gut. Ähm, wir wollen natürlich mal den Hot-Reload testen. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das am besten hin? Einerseits kann ich natürlich den Shader-Hot-Reload kurz demonstrieren, wenn ihr das wollt. Ähm, das heißt, ich sage hier einfach mal wieder More Actions, Keep Above Others. Und dann müssen wir uns das irgendwo hinschieben, wo es nicht so stört. Machen wir mal hier rüber. Oder ich mache es noch so ein bisschen auf den anderen Monitor. So. Ja, so ist doch gut. Ähm, und dann suchen wir uns mal ganz kurz irgendwas, was jetzt mal schön ist. Zum Beispiel das Texture.frag. Das heißt, es ist für diesen Farren, der Shader. Und wir können hier zum Beispiel einfach, was man ganz gut erkennen kann, ist, wenn ich hier den Ambient hochsetze. Und wenn ich das jetzt hier abspeichere, werdet ihr sehen, da passiert erstmal gar nichts. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig vielleicht. Die Sache ist, ich habe den Code, der die Shader compiled, ausgelagert. Das heißt, der ist jetzt nicht mehr in der Anwendung mit drin, weil das fand ich immer nicht so ganz schön. Und, ähm, gerade für Modelldateien zum Beispiel, den möchte ich ja dann ins eigene Format quasi umändern. Und das möchte ich sicherlich nicht in der Hauptanwendung machen. Deshalb habe ich mir ein weiteres kleines Nebenprogramm geschrieben, was wir erstmal ausführen dürfen. Das heißt, ich muss hier erstmal in Vulcan Build rein. Und dann, ähm, rufen wir das hier auf. Äh, das macht eigentlich, eigentlich bildet das einfach das Tool und führt es dann aus. Das ist mein sogenannter Asset Digester. Ähm, und der arbeitet jetzt im Hintergrund, wie man sieht. Und der hat jetzt hier entsprechend meine Assets eingelesen und umgewandelt. Aktuell macht er das quasi immer, wenn ich ihn starte. Das werde ich aber noch umändern, dass er das nur für die Assets macht, die sich tatsächlich verändert haben. Und jetzt läuft er im Hintergrund. Man sieht jetzt hier, der hat ein paar Watches erstellt. Und der kann jetzt schön im Hintergrund laufen. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel 0,3 schreiben, speichern. Und ihr seht sofort, ich mache den Effekt vielleicht noch ein bisschen größer, gehen auf 0,5. Und ich sage wieder, wann ich speichere. Ich speichere genau jetzt. Also man sieht, es geht wirklich sehr, sehr schnell wieder. Eigentlich fast genauso schnell wie, äh, früher auch schon. Und entsprechend geht es jetzt aber durch zwei Tools. Die Idee ist auch einfach, dass man später mit diesem Tool hier, ähm, hier so ein paar Exportoptionen einstellen kann, sage ich mal. Für Shader ist es vielleicht nicht so wichtig. Aber zum Beispiel für die Modelle, dass man dann irgendwie nochmal manuelle Einstellungen tätigen kann. Und dass zum Beispiel die Texturen dann später kompressiert werden. Da habe ich einiges vor noch. Ähm, ist soweit aber noch nicht gemacht worden. Aber wir können jetzt auch gleichzeitig mal entsprechend testen, was passiert, wenn wir eine Modelldatei bearbeiten. Dafür müssen wir erstmal da rein. Das heißt, äh, ich muss das hier erstmal suchen. Wir gehen hier, ah, ich kann das auch noch ganz kurz zeigen. Äh, wir haben hier die Assets. Hier sind eben entsprechend alle Assets drin, die wir da haben. Und dann werden die später mit unserem Tool, werden die hier in Bildassets reingepackt. Und dann, äh, sieht man hier, ich habe hier versucht, die Dateistruktur ein bisschen aufzuweichen. Das heißt, wir haben nur, ähm, ein Unterordner hier. Und da drin sind dann alle Dateien. Obwohl wir, ähm, hier drin, in Models, seht ihr, da haben wir jetzt auch ein paar Unterdateien. Zum Beispiel der Farren ist tatsächlich hier in einer Unterdatei drin. Das heißt, das ist hier im Ordner Farren. Und das heißt Farren.fbx. Und jetzt können wir mal schauen, wo das jetzt hier drin gelandet ist. Dann werdet ihr sehen. Unter Models haben wir jetzt Farren-Unterstrich. Dieses erste Ding ist also der Ordnername quasi. Und dann kommt der erste Dateiname. Immer mit einem Unterstrich getrennt. Und wird eben auch von diesem Export-Tool entsprechend gemacht. Das ist dafür da, dass ich nicht so viele Directories hier watchen muss. Äh, mit der Anwendung. Naja. So, wir wollen jetzt einmal testen, was passiert, wenn ich das entsprechend hier irgendwas bearbeite. Wir gehen in Models rein. Und ich öffne mal einfach diesen Tree.fbx. Beziehungsweise ich starte mal Blender. So. Das haben wir hier. Ähm, in der Szene sollte ich eigentlich erstmal alles löschen, was wir da irgendwie drin haben. Das heißt, die Kamera brauchen wir nicht. Wir brauchen den Cube nicht. Und die Lampe brauchen wir auch nicht. So. Und dann können wir jetzt hier auf File Import FBX. Und da packen wir jetzt einfach unsere Tree.fbx rein. Import FBX. So. Hier haben wir unseren Baum. Ja. Den sehen wir natürlich auch hier gerade in der Anwendung drin. Genauso hier in Blender. Ich gehe mal hier in den... So. Ich wähle den mal aus. So. Und wir können jetzt zum Beispiel einfach mal diesen Punkt hier ganz nach oben bewegen. Ja. Das heißt, das sollte man durchaus erkennen, sobald ich das hier speichere. Dann müssen wir wieder auf File Export FBX. Ich drücke auf Export. Oh. Okay. Das ist jetzt Vorführeffekt. Ähm. Okay. Das hat bisher immer funktioniert. Jetzt gerade will es wohl nicht. Das ist natürlich interessant. Hm. Was hat sich hier getan? Das sollte... Achso. Ich habe es falsch abgespeichert. Ja. Okay. Ich habe das natürlich im falschen Directory abgespeichert. Ich dachte, er würde sich das merken, wo er drin war. Aber scheinbar nicht. Okay. Wir müssen natürlich hier abspeichern als Tree.fbx. Sonst passiert dann natürlich gar nichts. Und jetzt... Achso. Ich habe ihn wieder zurückgesetzt. Ja. Gut. Wir machen es wieder nach oben. Ja. Okay. Das war jetzt etwas... Da war ich etwas verplant. So. Moment. fbx. So. Speichern. Und ihr seht, es wird auch wieder so ziemlich instant eigentlich verändert. Ich glaube, er hat... Ich glaube, ein Frame lang war mal nichts zu sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann es mal wieder zurück machen. Ähm. Aber das ist bei einem Reload eigentlich kein Problem. Wenn es mal ein Frame nicht zu sehen ist. So. Ich speichere wieder. Ja. Also ich glaube, man sieht ganz kurz, dass mal so ein Frame nicht da ist. Und dann wird er aber wieder richtig gezeichnet. Wie gesagt. Der Reload ist ja eigentlich eher zum Entwickeln gedacht. Von dem her da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn mal irgendwie kurzzeitig was für ein Frame nicht zu sehen ist. Für ein großes Modell würde es natürlich länger dauern. Wenn wir ein total riesiges 50 Megabyte Modell hätten, dann würde es wahrscheinlich im Reload etwas länger dauern. Dann würde man es ein bisschen länger nicht sehen. Aber solche Modelle habe ich aktuell gar nicht. Genau. Das ist also hier schon mal der Hot Reload. Den haben wir jetzt eigentlich schon mal ganz gut gesehen. Ähm. Das war auch schon so einer der wichtigsten Dinge eigentlich, die ich hier umgestellt habe. Wir können uns aber natürlich noch ein bisschen mehr anschauen. Zum Beispiel den Asset Digester. Kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Macht es nicht sonderlich viel Spannendes eigentlich. Ähm. Da geht eben hier immer über das Dateisystem quasi einmal drüber. und sucht sich dann seine Unterverzeichner. Das heißt, wir haben dann hier zum Beispiel ein... Moment. Ich glaube, das ist noch weiter unten. Genau. Rebuild Assets zum Beispiel. Das geht da einfach hin und rebuildet alle Assets. Das ruft ihr auch am Anfang immer auf. Und da geht ihr eben entsprechend durch. Fängt hier bei Assets an. Und geht dann hier... Sucht sich hier alle Directories im Endeffekt. Hier. Und ruft dann Handle Directory auf. Und das wiederum ist rekursiv. Das heißt, es ruft sich hier selbst immer weiter auf den Unterverzeichnissen auf. Und ändert entsprechend hier diesen Pfad, dass wir da Unterstriche haben und so weiter. Genau, das macht eigentlich der. Sonst gibt es ja nicht sonderlich viel Spannendes. Hier haben wir auch nochmal, der muss hier entsprechend die Watches erstellen. Auch dafür muss da so ein bisschen rekursiv durchgehen. Und die Watches setzen. Denn leider kann man nicht sagen, dass ich eine Watch haben möchte, die quasi das Ganze... Also von einem Directory auch alle Subdirectories und so weiter. Und die Subdirectories der Subdirectories überprüft. Sondern da muss ich halt immer neue Watches setzen. Deswegen muss ich hier entsprechend rekursiv durchgehen. Ist ein bisschen schade. Unter Windows geht es soweit ich weiß tatsächlich, dass man das einstellt, dass man auch sämtliche Subdirectories haben möchte. In Linux aber leider nicht. Das heißt, da müssen wir die Watches manuell setzen. Naja. So ist es nun mal. Ich weiß, auch nicht mega viel Arbeit. Aber es wäre ein bisschen... Da wäre die Windows-AP ausnahmsweise mal ein bisschen schöner gewesen. Naja. Ja, was gibt es sonst noch Spannendes? Ja, wir können uns noch kurz die Application ein bisschen anschauen. Denn... Moment mal. Was haben wir denn hier so... Genau, was ich noch zeigen wollte, ist, wie ich die Transforms hier mache. Wir können ja mal ganz kurz in einen Shader gehen. In einen Vertex-Shader. Da muss ich mal ganz kurz einen suchen. Welchen... Wir nehmen mal den Default.word. Und hier sieht man jetzt entsprechend meine Transform-Data. Das heißt, wir haben hier drin die Model-View-Projection, die Model- und die View-Matrix. Warum ich die alle habe, weiß ich nicht. Da kann ich immer noch mal ein bisschen aufräumen. Aber ja, das haben wir im Endeffekt. Aktuell nutze ich, glaube ich, auch nur die Model-View-Projection, wenn mich nicht alles täuscht. Also theoretisch würde die ausreichen. Ich glaube, ich setze auch noch gar nicht mehr als die Model-View-Projection. Naja. Genau. Ja, und wir haben hier dieses Transform-Uniform-Buffer-Object. Und ihr seht, wir haben hier tatsächlich 256 von diesen Transform-Data. Und zwar als Array. Inhalt dieses Buffer-Objects. Und damit haben wir jetzt also einen sehr, sehr großen Buffer erzeugt. Und 256 ist auch so mehr oder weniger die Grenze. Es kommt ein bisschen auf die Hardware drauf an. Man kann es auch größer machen, theoretisch auf mancher Hardware. Aber theoretisch haben wir jetzt tatsächlich Transforms für 256 Objekte drin. Wir haben hier aber natürlich nur ein Objekt. Das heißt, wir brauchen nur eine Transform. Und welche Transform wir brauchen, das steht hier im Transform-Index drin. Das ist hier entsprechend eine Push-Konstante. Und da kann man das dann entsprechend abfragen. Und es ist halt dafür da, dass wir hier diesen Buffer müssen wir eben nur einmal für 256 Dinge beinden. Das heißt, statt dass wir hier immer wieder einen neuen Buffer beinden müssen, sobald wir das zeichnen, können wir einfach einen Buffer nehmen für insgesamt 256 Sachen. Und erst dann müssen wir wieder einen neuen Buffer beinden. Was dadurch im Optimalfall deutlich schneller laufen sollte. Genau. Und hier unten sieht man, wie ich das dann abfrage. Das heißt, ich nehme hier einfach die U-Transform-Data am Index, den wir hier über die Push-Konstante reinbekommen und frage von dort die Model-View-Projection-Matrix ab. Und genau. Das ist eigentlich der Teil hier im Shader. Und in der Application sieht man das dann ganz schön, wenn ich das zeichne. Das werde ich bei Zeit mal noch auslagern. Aber dann sieht man hier, das ist so der Teil, den ich hier mache. Das heißt, hier wird entsprechend die Model-View-Projection-Matrix erstmal gesetzt. Dann wird die entsprechend hier mit einem Mem-Copy-Befehl reingepackt. Und zwar an den Index, an den wir zeichnen wollen. Das ist, äh, oder in den wir schreiben wollen. So rum. Ähm, das ist hier immer in diesem Current-Transform-Index drin gespeichert. Und entsprechend wird dann hier die Push-Konstante gesetzt. Da geben wir dann entsprechend unseren Transform-Index rein. Damit dann der Shader weiß, wo er alles abfragen muss. Und entsprechend, ähm, rufen wir dann Record-Rendoring-Commands auf. Und dann wird der Current-Transform-Index erhöht. Und das Ganze machen wir hier unten nochmal für das zweite Modell. Und was man hier vielleicht noch nicht so ganz sieht, aber was wirklich sehr schön ist, ist, dass wir, ähm, in einem Spiel, ein Spiel ist ja in der Regel immer sehr dynamisch. Das, was wir hier bisher haben, zwar noch nicht, aber man muss natürlich bedenken, dass Modelle kommen und gehen können, wie sie wollen. Oder Instanzen von Modellen. Sagen wir es mal eher so. Äh, das heißt, sobald sich der Spieler bewegt, kommen neue Dinge ins Sichtfeld und andere verschwinden wieder. Und wenn man jetzt irgendwie die Instanzen so hätte, dass dann jede Instanz irgendwie einen eigenen Buffer hat oder einen eigenen privaten Buffer-Bereich, dann hat man eben das Problem, dass man dann, ähm, sehr gut aufpassen muss, wenn dann irgendwas rausgeladen wird oder was neu reingeladen wird. Dann muss man sich irgendwie eine Liste führen, wo freie Dinge sind und so weiter. Kann man machen. Aber das ist eigentlich viel schöner, denn so nützt sich immer nur das, was ich brauche. Weil ich hab einfach meinen Uniform-Buffer und ich schreib da einfach immer weiter rein. Und es kann durchaus sein, dass das Modell, was wir hier aktuell in Slot 0 quasi schreiben, dass so das später im nächsten Draw-Command könnte es schon in Slot 5 sein oder in Slot 27 oder wo auch immer. Und das ist uns aber komplett egal, weil über die Push-Konstante können wir ja sagen, wo das Ganze ist. Und wenn die Grafikkarte das dann zeichnet, ähm, kann man sich das eigentlich, also, die Grafikkarte ist natürlich nie immer so ganz sequenziell. Die macht natürlich viel irgendwie, ähm, ja, multithreaded und lagert da viel aus. Aber an sich, ähm, sieht man ja hier eigentlich ganz schön, dass wir immer, ähm, ja, in einem, in einer Reihe da durchgehen. Das heißt, wir fangen immer hier bei Index 1 an und dann, oder Index 0 und kommen dann zu Index 1, dann zu Index 2. Also, wir gehen immer in der richtigen Reihenfolge durch den Buffer. Das heißt, wenn die Grafikkarte die Commands, die auch so ausführt, wie wir die angeben, dann kann die wirklich linear durch diesen Buffer durchgehen und sich nach und nach alle Push-Konstanten entsprechend rausnehmen. Was, zumindest meine Hoffnung, auch nochmal ein bisschen performanter ist. Wie gesagt, wenn wir das anders machen würden, dann wäre es halt zum Beispiel so, dass wir, dass dann das erste Modell was verzeichnen, das hat dann zum Beispiel Index, was weiß ich, 72 in dem Buffer, das nächste hat dann plötzlich Index 2, das nächste hat dann Index 100, äh, was weiß ich, 132 und dass es dann immer hin und her springt, was natürlich eventuell nicht ganz so praktisch ist. Ähm, aber ob das einen großen Vorteil bringt oder überhaupt einen Vorteil bringt, kann ich euch nicht genau sagen. Aber es war mal sowas, was ich im Hinterkopf hatte, was vielleicht ganz nett aussieht. Ähm, wir können uns noch ganz kurz schauen, wie dieser Buffer erstellt wird. Wir können uns jetzt ganz kurz schauen, wo hier, genau, bei Inet Application. Ähm, bitte, bitte, hier unten, aber erst mal, ich erstelle hier tatsächlich sogar mehrere, das heißt, aktuell sage ich, dass ich maximal 4096 ähm, von diesen Buffern haben darf, äh, oder 4096 Transforms darf ich haben. Das heißt, ich darf nicht mehr als 4096, äh, ja, Instanzen gleichzeitig zeichnen. Wenn ich mehr wollte, müsste ich aber da einfach nur den Parameter erhöhen, ähm, und hier unten auch, und dann würde das passen. Und hier rechnet er entsprechend aus, äh, mit der Max Uniform Size, äh, wie groß das Ganze sein darf. Und das muss sich später auch noch ein bisschen umändern, denn das muss natürlich auch im Shader so gesetzt werden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehr oder weniger hätte, ähm, also mehr oder weniger Transforms, äh, pro Buffer, dann müsste ich hier natürlich auch im Shader das umstellen. Da gibt's natürlich glücklicherweise, äh, von Vulcan die Möglichkeit, solche Konstanten im Endeffekt reinzubringen. Das nennt sich Spezialisierungskonstante. Und, die könnte ich dann hier verwenden, das werde ich mal bei Zeiten umstellen, damit das hier ein bisschen, ähm, ähm, ja, so, das E muss raus, ähm, ja, damit das hier entsprechend passt. So. Und dann gehen wir hier hin und müssen entsprechend viele Descriptor Pools aufbauen. Denn, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, in unserem Fall, das habe ich mir hingeschrieben, würden wir zwölf Stück von diesen Buffern hier erzeugen. Denn wir haben hier, wie gesagt, wir haben hier einfach so eine maximale Größe, die wir nicht überschreiten dürfen. Und das heißt, wir brauchen hier entsprechend zwölf Stück von denen. Und die müssen dann hier entsprechend erstellt werden. Das heißt, ähm, hier unten wird irgendein Buffer erstellt. Ich muss ganz kurz schauen. Pool Sizes kommt von da oben. Genau, genau. So, GetStackAllocator. Was haben wir? Ich habe das schon vor einiger Zeit geschrieben. Das heißt, ich muss jetzt gerade ganz kurz nochmal reinschauen. Wie das hier geht? Hier genau. Da erstelle ich, da erstelle ich die Layouts. Wir brauchen entsprechend so viele, wie wir num-transform-descriptor-Sets haben. In unserem Fall entsprechend zwölf. Und dann werden entsprechend diese Descriptor-Sets allokiert. Das heißt, wir haben hier entsprechend ein Descriptor-Set. Ähm, ist eben, hat eben genau diese 256 Transforms innen drin. Und dann werden die da unten entsprechend noch geupdatet. Und was vielleicht ganz interessant ist, wir haben eben hier einen großen Buffer. Das heißt, wir haben hier nicht immer mehrere Buffer für jeden Uniform-Buffer ein. Sondern wir haben tatsächlich einen großen Buffer. Das heißt, das ist entsprechend wirklich Speicher, der auf der GPU liegt. Und der ist dann wieder unterteilt eben in diese 256 Abstände. Ähm, na, beziehungsweise eigentlich in die zwölf Abstände, die wir hier oben erstmal haben. Das sind dann wiederum einzelne Uniform-Buffer. Und die wiederum haben dann jeweils wieder 256 von diesen, ähm, Transform-Objekten, Objekten, sag ich mal. Genau. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich gewesen, äh, wie das hier funktioniert. Ich hab nämlich irgendwo, es gab da so einen Blog-Artikel, den ich gelesen hatte. Äh, da wurde so ein bisschen, da wurde so ein bisschen getestet, was so das performanteste ist. Und da hatte diese Art und Weise, das zu machen, eigentlich gewonnen. Von dem her hab ich die hier auch einfach mal genommen. Aber, ja, ähm, ich hab selbst noch keine Tests gemacht. Das heißt, ich würd mich da jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Es kann durchaus sein, wenn es auch noch bessere Varianten gibt. Aber ich würd mal sagen, die Variante hier ist zumindest schon mal nicht allzu schlecht. Genau, ansonsten gibt's, glaub ich, noch nicht wirklich viel zusätzlich zum Sehen. Ähm, ja, da werden wir eher dann schauen, wie das Ganze dann im nächsten Part aussieht. Denn das wird bestimmt wieder irgendwann ein Part kommen. Der kann natürlich ein bisschen auf sich warten lassen, je nachdem, wie viel Zeit ich auch hab, hier dran zu arbeiten. Aber da wird sich durchaus noch ein bisschen was tun. Ähm, aber ich würd sagen, im Vergleich zum letzten Part sieht man auch schon doch durchaus deutlich mehr. Das heißt, im letzten Part hat man noch nicht mal Texturen oder sonst irgendwas. Das haben wir jetzt mittlerweile alles schon. Und, ähm, ja, Pläne fürs nächste Mal zum Beispiel Normal Mapping würde ich sehr gerne reinbringen. Und generell die Beleuchtung noch ein bisschen besser machen. Denn die ist aktuell noch eher, ja, ein bisschen temporär. Die Kamerasteuerung würde ich gerne noch ein bisschen verbessern, dass man sich auch umschauen kann. Und, äh, noch mehr Modelle reinbringen. Und bla, bla, bla. Und generell hier auch im Aufbau noch ein bisschen was ändern. Ähm, ja. Also da gibt's durchaus einiges zu tun. Was ich genau machen werde, werden wir dann sehen im nächsten Part. Und wenn's dir gefallen hat, freu ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Und, ja, bis zum nächsten Part oder sonst irgendwann. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.